Hallo und herzlich willkommen an alle auf der anderen Seite des Bildschirms. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Susanna und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Textaufgabe mithilfe einer Tabelle lösen kann. Doch bevor wir beginnen können, hast du schon alle Materialien, die wir zum Lernen brauchen bei dir? Du brauchst kariertes Papier, einen Stift, Textmarker und ein Lineal- oder Geodreieck. Falls du noch nicht alles auf deinem Schreibtisch hast, drücke kurz auf Pause und hol dir bitte diese Sachen, bevor du mit dem Video weitermachst. Hast du alles? Dann lass uns mit einer kleinen Wiederholung des letzten Videos starten. Im Intro-Video hast du vier Schritte kennengelernt, die dir helfen, eine passende Gleichung zu einer Textaufgabe aufzustellen. Leider ist die Reihenfolge durcheinander gekommen. Schaffst du es, die einzelnen Schritte wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen? Drücke auf Pause und probiere es. Hast du sie richtig ordnen können? Zuerst liest du den Text oder die Angabe genau durch. Als zweites fragst du, was in der Aufgabe gesucht ist, also was du am Ende wissen willst. Im dritten Schritt findest du heraus, was du aus dem Text schon alles weißt. Danach bist du im vierten Schritt und stellst deine Gleichung auf. In diesem Video wollen wir die einzelnen Schritte wiederholen und ergänzen. Lass uns diese Textaufgabe gemeinsam lösen. Bereit dafür? Dann los! Mit was solltest du beginnen? Richtig, der erste Schritt lautet den Text genau lesen. Liest du den Text einmal genau und aufmerksam durch. Worum geht es in der Aufgabe? Grundsätzlich geht es um Alex und um Tim und um das Taschengeld der beiden. Jetzt haben wir uns einmal einen ersten Überblick über die Aufgabe verschafft. Was ist der zweite Schritt? Richtig, herausfinden, was in der Aufgabe gesucht ist. Also, was will ich wissen? Achte auf das Fragezeichen. Und, was ist die Frage? Die Frage lautet, wie viel Taschengeld bekommt Tim? Gesucht ist also das Taschengeld von Tim in Euro. Wir wissen aber noch nicht, wie viel das ist. Na, was können wir dafür benutzen? Richtig, einen Platzhalter, also eine Variable. In unserem Fall hier nennen wir die unbekannte Größe T wie Tim. Nun wissen wir, was gesucht ist. Nämlich T. Und schon bist du beim dritten Schritt. Nämlich, was weiß ich schon? Überlege auch, welche Informationen brauchst du, um das Taschengeld von Tim herauszufinden. Diese Informationen findest du in den ersten beiden Sätzen. Hier haben wir einmal Informationen zu Alex. Alex bekommt 12 Euro Taschengeld. Ich unterstreiche hier die wichtigen Informationen Alex und 12 Euro Taschengeld. Diese Informationen aus dem Text solltest du dir notieren. Du kannst also schreiben, Taschengeld in Euro von Alex ist 12. Schauen wir uns noch den ersten Satz an. Alex und Tim bekommen zusammen 20 Euro Taschengeld. Was sind hier die wichtigen Informationen? Ich unterstreiche im Text Alex und Tim sowie 20 Euro Taschengeld. Du kannst also schreiben, Taschengeld von beiden in Euro ist 20. Jetzt sollten wir alle wichtigen Informationen aus dem Text geholt haben. Lass mich hier wieder ein wenig Platz schaffen. Und wir können schon weitermachen. Denn wie lautet der vierte Schritt? Richtig, eine Gleichung aufstellen. Durch eine Tabelle bekommst du einen besseren Überblick. Lass uns gleich eine zu dieser Aufgabe machen. Ich habe dir hier schon das Gerüst einer solchen Tabelle vorgezeichnet. Nimm dir ruhig genügend Zeit und zeichne die Tabelle mit. Zuerst müssen wir jetzt noch die Spalten unserer Tabelle beschriften. Wir brauchen einmal den Wert und einmal die Beschreibung. Jetzt schauen wir uns die Sachen an, die gesucht sind. Die kommen in die erste Zeile. Welche Informationen waren nochmal gesucht? Richtig, Tims Taschengeld in Euro. Also ist der Wert die unbekannte T und die Beschreibung Taschengeld von Tim in Euro. Das können wir abhaken. Als nächstes tragen wir die Informationen ein, die schon gegeben sind. Welche Informationen waren nochmal gegeben? Sehr gut. Einerseits wissen wir Alex' Taschengeld mit dem Wert 12. Das können wir abhaken. Und andererseits wissen wir auch noch das Taschengeld von beiden in Euro mit dem Wert 20. Und schon haben wir alles abgehakt. Dann können wir uns jetzt auf die Tabelle konzentrieren. Nächstes müssen wir eine Gleichung aufstellen. Mit den Angaben in der Tabelle können wir schon eine Gleichung aufstellen. Probiere es einmal. Du weißt nicht genau wie? Dann hol die Unterstützung und stell die Aufgabe grafisch dar. Also mit Strecken. Wie im Intro. Du erinnerst dich? Ja genau, wunderbar. Beschrifte die Strecken. Hast du es auch so gemacht wie ich? Die blaue Linie ist Tim, also T. Die grüne Linie steht für Alex, er hat 12. Und die violette Linie ist das Taschengeld von beiden, also 20. Probiere nochmal die Gleichung anhand der grafischen Darstellung aufzustellen. Die oberen beiden Linien bilden die linke Seite der Gleichung, also 12 plus T und die untere Linie bildet die rechte Seite der Gleichung, also 20. Und die beiden Seiten werden wieder mit einem Ist-Gleichzeichen verbunden. Die Gleichung hättest du aber auch mit der Tabelle aufstellen können. Die Gleichung sieht jetzt vielleicht etwas anders aus. Aber wie du vielleicht weißt, gilt bei der Addition das Vertauschungsgesetz. Die beiden Gleichungen stellen also dasselbe dar. Du siehst, beide Wege führen zum Ziel. Probiere am besten beide Methoden und schau, welche dir mehr hilft. Betrachten wir jetzt aber nur eine Gleichung. Für T müssen wir nun wieder die Zahl finden, sodass links und rechts des Ist-Gleichzeichens dasselbe stehen kann. Durch Probieren kannst du diese Lösung finden. Hier ist die Lösung der Gleichung T ist gleich 8. Wow, jetzt sind wir schon fast fertig. Also wir haben schon herausgefunden, dass T gleich 8 ist. Diese neue Information können wir gleich in unsere Tabelle schreiben. Ergänze deine Tabelle mit der neuen Information. Bevor du einen Antwortsatz schreiben kannst, musst du das Ergebnis noch überprüfen. Der fünfte Schritt lautet nämlich Die Probe machen. Um unser Ergebnis zu überprüfen, nehmen wir die Gleichung, die wir zuvor aufgestellt haben. Also 12 plus T ist gleich 20. Und setzen nun die Lösung der Gleichung, also T ist gleich 8, ein. Wir sehen, 12 plus 8 ist wirklich 20. Also ist diese Gleichung richtig. Super, sehr schön gemacht. Wir wissen jetzt nämlich, dass unsere Gleichung, die wir aufgestellt haben, und die Lösung, die wir bekommen haben, ein passendes Ergebnis ist. Als allerletzten Schritt müssen wir nun noch einen Antwortsatz schreiben. Dafür schaut man sich am besten nochmal an, was man wissen will. In unserem Beispiel den Fragesatz. Auf die Frage, wie viel Taschengeld bekommt Tim, kann man zum Beispiel den Antwortsatz schreiben, Tim bekommt 8 Euro Taschengeld. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Überlege dir wieder, was wir alles gemacht haben, um die Textaufgabe zu lösen. Und welche 6 Schritte können helfen, um eine Textaufgabe zu lösen. Hast du alle gewusst? Die ersten 4 Schritte solltest du schon aus dem Intro-Video kennen. Beim 4. Schritt, eine Gleichung aufstellen, hast du gelernt, dass es mehrere Methoden gibt, um ans Ziel zu kommen. Einerseits kannst du eine Gleichung mit Hilfe einer grafischen Darstellung, also mit Strecken, aufstellen. Andererseits kannst du eine Gleichung aufstellen, indem du eine Tabelle verwendest, wie du es auch in diesem Video gemacht hast. Im 5. und vorletzten Schritt wurde das Ergebnis der Gleichung überprüft, indem du die Probe durchgeführt hast. Und zum Schluss hast du dir die Frage gestellt, wie lautet die Antwort? In diesem Schritt hast du einen passenden Antwortsatz formuliert. Drücke auf Pause und notiere dir die 6 Schritte zum Lösen einer Textaufgabe auf deinem Zettel oder auf Lernkarteien, beziehungsweise ergänze deine Lernkarteien mit den neuen Schritten. Das ist das Ende des Videos. Du hast es wirklich sehr gut gemacht. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Und ich freue mich schon, dich im nächsten Video wiederzusehen, wenn wir uns genauer mit der Sprache der Mathematik beschäftigen. Bis dann! Bis dann!